das ist ja jetzt anders geil Maschallah Maschallah lol wo ist die Base? Alter nein ich will doch mal ein MEIN du bist der beste ach ja das hab ich auch gesehen das zu wippen wenn wir so hoch und runter gehen ne das ist voll nice treffiger ich bin drin ich bin im game ne man hat alles behalten guck mal es gibt gar nicht mehr so viele Eier ne oh mein Gott endlich haben sie es gemacht endlich Tio mach deine Zeit lauter ich hör dich nicht warte so besser so besser was ist jetzt so besser ja ok nice Digga endlich haben sie es so gemacht dass wenn du ein Skin drin hast du trotzdem ja 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 dann der lief doch also bei der hat ja wohl ja ach scheiße Matteo? ja das ist schon schlecht oder? ja absolut kannst du eigentlich noch was legen oder hast du schon aufgelegt? ne ich habe aufgelegt ok lass mal die lass mal die lass mal die lass mal die hey digga kannst du die einfach legen aber ich hab's ja immer gehört schon ich werde noch kurz eine Runde ja ok ich mach dieses andere spießroten Dauerlauf und ich lief dann einfach du kannst ja auch immer eine kurzende spielen naja stimmt ja ich muss gleich die game sounds gleich mehr machen ich hab irgendwie das Gefühl gerade die Kamera ist ein bisschen anders jetzt die dies wurde die dies ja ich bin raus na aus wirklich? ne ich mach der beste ich flieg nie raus was dachtest du denn? nein ich lue glaube ich raus jetzt no joke tiernlauf ich komm jetzt nur so Sachen wo man laufen muss ich wärs voll geil man kennt keine teammates man kennt fast keine teammates teammates oder? tiernlauf 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 boah digga voll ungewohnt wieder voll geist zu spielen oh my god warum wieder? digga die dreiecke wurden entfernt naja man kann es nicht mehr erkennen tiernlauf 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 Ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Auf jeden Fall anders. Ja, bei Schwempfax wird gar nicht mehr angezeigt, wie viele Leute qualified sind. Ja, das ist wirklich absolut anders, diese Kamera. Die ist, ja, ich glaub weiter weg und die lässt sich nicht mehr so leicht drehen. Also, die dreht sich nicht mehr einmal ganz rum, wenn du den 1mm antippst, you know? Ey, Digga, du kannst es fast gar nicht mehr sehen, die Dreiecke. Das ist jetzt absolut schwer. Oh, nee. Ja, ich bin so hart aus. Ach, Digga, was soll man... Es ist irgendwie geil, immer bei Schwempfax Blattles zu gucken, wenn sie rauslegen, weil ich bin jetzt hart. Easy, ich bin erster. Ey, ich mein letzter hoch. Oh, nein, Digga, der Typ ist so hässlich, ne? Oh, nein. Nein. Wir haben... Wir haben... Ich hoffe, ich kann das ja noch bei dir rauslegen jetzt. Oh, schade. Carlo, der eine hat Ninja Meister und unten diese Rockscheiße, der andere hat gelben Box und unten diese Rockscheiße. Das ist ja richtig eklig, Digga. Du hast gesagt, 4 neue Games, ne? Ich hab noch gar keines bis jetzt. Ja, also einmal dieses Eier-Scheiße. Ja, ich hab keine... Ja, ich hab keine... Aber ich glaub auch, Dings hat sich ein bisschen geändert, dieses... wie heißt dieses Spiel? Mit Reifen, wo man durchspringen muss. Reifenspringer. Ja. Ja, ja, das war auch... Ja, ja, das war auch ein Trailer, aber ich weiß nicht. Also, ich hab schon mal 3 neue Games gezockt. Ey, Digga, ne, ich hab meinen ersten Win auf Aufnahme wiederbekommen... äh, wiedergefunden. Ey, Digga, das ist grad so anders, ne? Das ist so ungewohnt. Ich hab meinen allerersten Win... ich hab den geklippt, aber ich hab den noch nicht hochgeladen. Ich hab ihn wiedergefunden. Hast du ihn nicht hochgeladen? Ne, also mach ich jetzt heute oder morgen, genau. Ey, Digga, ich werd grad so oft giltet, ne? Bei diesen Ausweichscheiße. Ich bin fucking Letzt da mit sehr viel Abstand. Und wir haben die ganze Zeit noch giltet. Wow. Ich bin jetzt bei der ersten Pyramid und jetzt haben sie schon welche qualified. Ja, moin. Aber ich würde 3 mal G-Tips oder so. Digga, lol, das hab dich... Digga, stell dir vor. Ey, ich glaub, die Propeller wurden langsamer gemacht. Ey, Digga, stell vor euch holt's in der allerersten Runde 7.2 direkt nühen. Er steht nicht auf, Maschala. Digga, Junge, ich hab das Gefühl, man kann nicht mehr so weit springen. Ah, ich hab's... Die kann... Oh, let's go. Die kann man so riesig nicht mehr von alleine um. Wippensaboteur. Digga, die waren halt. Aber ich find's irgendwie voll doch schön, dass es keine goldenen Sachen in Dings gibt. Und... Ich hab mich grad gewundert, warum ich ein Kroner war, aber ich hab einfach einen Wettepaar reinbekommen. Nice. Digga, ich hab ganz vergessen... Ich muss ja leveln... Oh, ich bin so lost. Ey, Digga, ich bin so lost. Ich muss ja leveln, ne? Das bedeutet... Ach, Digga. Jetzt... Ich hab Warnschirm. Oh, Digga, das... Sieht schon scheiße aus. Mathieu, du kannst jetzt so Kasten schieben, wenn du so R2 drückst. Ja, hab ich... Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ja, bist halt shit. Er qualifient sich? Es qualifient... Oh, nein. Also, hä? Ich lass einfach die anderen für mich arbeiten, Digga. Nein, ey, Digga, er blockt mich. Digga, blockt doch nicht. Geht doch weg. Okay, nice. Alexa, halt die Fresse! Loy, man kann sich da hochziehen. Ach, Digga. Ja. Ja, ich bin so hart raus. Digga, sollen die anderen doch schieben. Ja, er hält mich fest. Ja, ich hab diese Festheitsanimation nicht mehr. Digga, er blockt mich die ganze Zeit. Hör doch auf, Digga. Mann, die ganze Zeit werd ich die Blockwarn hochschwimmen. Endlich hab ich's auch mal geschafft. Oh mein Gott. Hä, das Spiel geht eigentlich voll. Das ist gar nicht mal so bad. Och. Es geht. Äh, ist schon scheiße, aber nicht, äh, nicht so... Hä? Hä? Wie hat's der eine geschafft? WTF? Als ob ich schon eine qualifert hab? How? Ich geh, äh, das andere schlauer. Absolut. Ach, Digga. Ich hab drunter geblattet. Ach, Digga, ich hab drunter geblattet. Wie soll ich dir mal ein Snap von mir in den Schäden schenken? Ich lass mich jetzt mal weiter. Komm, komm, komm. Gön, 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 alle. Ich werd geblüft, Digga. Aber ich hab's geschafft. Lässt, wo ich bin drin. Ich hab's geschafft, diese Wandstur- Du lieb mal. Nein, Digga. 16 Leute. Iiii. Beste 50% Digga. Ich hab grad zweimal diese qualiferten Dion 50%, Digga. Na, absolut shit. Hier seid ihr zu leveln. Ich fühl's mich erst mal gewöhnt, Digga, an das neue Folge ist und so. Also, stell vor Digga, was gibt's mir, wenn ich jetzt in der ersten Runde Win hole? Natierung. Gibt's noch die Final-Games? Oh, Ausweichmanöver. Ausweichmanöver. Glaub ich auch. Mit 16 Leuten also Safequalifizieren sich so 8 oder 7. Neun. Ja, neun. Okay, ich bin zweite Reihe. Links. Eigentlich lag man... Ach, Digga, kein Bock, jetzt Sabi-Jump zu machen. Ich hätt's eh verkackt. Oh, Nati soll ich mir durch. Ich muss doch schon über 15 werden, dann kann ich mir tiefste Klapp ausbauen. Alter, ich bin dritter oder vierter oder fünster, keine Ahnung. Ja, okay, Digga, der Typ ist erster, aber er läuft in der Mitte, Bruder. Ja, moin, ich werd gebrockt. Ach so, komm, wir müssen bei mir heute schon über 15 schaffen. Digga, ich muss bei mir, wenn ich jetzt in der ersten Runde Win hole, ne? Das wär so witzig. Das wär einfach die aller-aller-erste in Runde 2, die in Runde 2, oder? Die aller-aller-erste Runde, die ich in Season 2 gespielt hab, und dann einfach direkt... Die erste Runde in Runde 2, ja. Ja. So sieht's aus. Okay, ich bin qualified. Neun-Leute-Finale. Leon, ich denk' mich noch da. Ja, ich hab' die Minute jetzt. Huch! Wie, der beste Fünster. Wie, der beste Fünster. Ja, schrei mal richtig hart ins Headset. Ich hab' das nicht. Eigentlich noch, er braucht Abi, ich glaub' er ist grad weg und tut grad seine Base. Endcard. Oder er macht's wie Tom und... Ja, er macht gefed. Macht's. Ja, gefed, er geht in den Tresor, wo niemand ihn hören kann. bergspitze auch digga da wärst du nicht dumm aber im jahr stand der kreisel man kann man und wir haben einen donuts am ende sind donuts und überall wo haben wir es worden können sind hammer ich hab noch und die auch schon ich habe absolut bock ich nicht ja ich hab nicht wenn die mutter kommt auch ich bin halt absolut erster und die hintermich die klopfen sich die ganze zeit nach hinten und dann werde ich vorhin bei die hintermich ja und dann werde ich vorhin bei gehittet weil ich da reingelaufen kann man kann nicht mehr machen also bei der kreisel jetzt manchmal ja ich weiß haben wir auch schon gerne den leuchten zweiter ich kann ich kann es halt ich kann gewinnen ich habe gewonnen erste runde gewonnen ich bin der beste bei mir ist auch im finale alle waren so dog shits alle haben es verkackt und siehe das mindestens einmal daneben gesprungen ich bin es einfach ich bin es einfach das ist die allererste runde in season 2 meine allererste und ich will direkt gewinnen ja ich war qualified qualified bronze bronze und dann gewonnen ich bin direkt fast level 2 level ja doch wenn ich bin jetzt in der runde bist du im kreis drückst dann kommt macht den kreis drückst du mit